Mark. Marks Geschichte erzählen wir heute Morgen. Dieser Mann hat noch keine einzige Nacht in seinem Leben durchgeschlafen. Noch nie. Er traut sich auch nicht zu verreisen. Er geht am Tag 50 Mal auf die Toilette. Das Problem ist, wenn Mark nicht mindestens 20 Liter Wasser am Tag trinkt, dann stirbt er. Der ungewöhnliche Alltag eines Mannes, der gegen eine seltene Krankheit kämpft. Wasserflaschen spielen eine zentrale Rolle im Leben von Mark Wübbenhorst. Seine seltene Krankheit zwingt den Pädagogen aus Bielefeld dazu, Unmengen Wasser trinken zu müssen. Das sind ungefähr 20 Liter Wasser. Man sagt ja so, der normale Mensch trinkt zwei bis vielleicht drei oder vier Liter. Ich brauche ungefähr 20 Liter Wasser am Tag, um über die Runde zu kommen. Seit seiner Geburt leidet der 35-Jährige an einer extrem seltenen erblichen Erkrankung. Körper und Schleimhäute trocknen einfach aus, können kein Wasser speichern. Die Folge, Mark hat ständig Durst und muss immerzu trinken. Der Tag beginnt für mich mit einer großen Flasche Wasser oder direkt aus der Leitung. Ich habe immer Durst, ich muss immer sehr viel trinken. Ich bin ja insgesamt bei 20 Litern. Das bedeutet, dass ich morgens aufstehe, erst einmal zur Toilette gehe und dann einmal volltanke. Doch selbst Volltanken hält nur kurze Zeit vor. Mark hat keine Wahl, muss immer wieder nachkippen. Nur so kann er ohne Probleme den Tag überstehen und ohne in Gefahr zu geraten, zu verdursten. Ich habe ein relativ starkes Durstgefühl. Das schleppe ich so mit mir rum, wenn ich sozusagen darauf verzichte und mit diesem Durstgefühl lebe. Dann komme ich gut eine Stunde zurecht. Nach anderthalb Stunden wird das schwierig. Aber so im Notfalle könnte ich anderthalb Stunden ohne Wasser überleben. Fruchtsäfte, Cola oder ähnliches kommt für Mark nicht in Frage. Zu viel Zucker und Kalorien würden ihm ebenfalls schaden. Doch er muss trinken, sonst wird es kritisch für ihn. Danach geht das los mit den ganz normalen Verdurstungserscheinungen. Also, dass ich dann wirklich durcheinander bin und dass ich das immerhin so Durstgefühl habe, dass dann auch die Hände dann so rissig werden oder die Lippe ganz trocken. So, dass ich Schwierigkeiten habe, mich zu artikulieren. Das sind nach zwei Stunden die normalen Verdurstungserscheinungen, die andere Leute nach zwei, drei Tagen haben. Nur rund 60 Fälle dieser Form von Diabetes sind bekannt in Deutschland. Trinken, ab auf die Toilette und wieder trinken. Ein Dauerzustand, mit dem er sich zwangsläufig arrangiert hat. Durchschlafen, ausgeschlossen. Ich habe eine, wie kann man sagen, innere Wasseruhr. Das heißt, ich habe das Gefühl, aufstehen zu müssen und ich habe Durst, ich muss zur Toilette, ich habe Druck. Und dann stehe ich so alle zwei Stunden bestimmt auf. Eine halbe Stunde mehr Pause zwischen den Klobesuchen als am Tag. Was für eine Krankheit aber ist diese Diabetes in Sipidus renalis, die Marc so drastisch einschränkt? Der Patient verliert kontinuierlich Wasser und das kann durchaus mal 20, auch 25 Liter am Tag sein. Wenn der Patient da nicht ausreichend trinkt, kann es zu schweren Komplikationen kommen, es kann zu Blutsalzentgleisungen kommen, es kann zu einem Austrocknen des Körpers kommen. Trotz aller Schwierigkeiten führt Marc ein zufriedenes Leben und genießt die Freizeit mit seinen Freunden. Kumpel Sebastian muntert ihn immer wieder auf, hat keine Probleme im Umgang mit dessen Erkrankung. Wenn man mit Marc befreundet ist, kennt man einfach irgendwann alle öffentlichen Toiletten. Also man kennt einfach alle öffentlichen Toiletten und wenn man mit Marc unterwegs ist, da muss man ab und zu auch ranfahren, diese Parkbuchten, die kennt man auch alle. Und wo da die Toiletten sind und welche gut sind und welche man vielleicht neidet, das ist großartig. Also man ist total informiert hinterher. Und selbst schöne Beschäftigungen wie Urlaubsplanung für Marc immer wieder eine Herausforderung. Viele Ziele schließen sich einfach aus. Fernreisen oder eben mal ab ins Warme im Winter, ein No-Go. So große Sachen, die sind irgendwie nicht drin. Du kannst nicht stundenlang im Flugzeug sitzen, ich werde die Hitze nicht vertragen, ich könnte niemals nach Marokko, Tunesien, Ägypten, es sollen ja auch schöne Länder sein. Und das ist so eine Schwierigkeit. Also man muss wirklich sehr genau gucken, wohin man reist. Und ich bin eigentlich für mich selber ein Fan davon geworden, dass man eher so zur Nordsee fährt oder dahin, wo das Klima vernünftig ist. Und während andere nach Hause gehen, um zu schlafen, geht Marc in seine Wohnung, um dort die Nacht zu verbringen. Ein feiner, aber wesentlicher Unterschied. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keine einzige Nacht durchgeschlafen. Und das ist wirklich so, ich will nicht lästern, aber es gibt manche, die haben dann so eine Kinderphase und sagen dann, okay, das Kind wird wach und ach, wie schrecklich, dann sage ich, komm, erzähl es nicht mir, ich kenne das schon. Marc Wibbenhorst, ein Beispiel dafür, wie man wachen Auges sein Leben meistert. Und für die optimistische Lebenseinstellung, meine Flaschen sind nicht halb leer, sondern halb voll.